Was, was, wo, wo, was geht, Leute? Das ist die Clash of Clans Mods APK, Leute. Ich versuche jetzt mal einfach schnell durch Gang zu gehen, Leute. Da seht ihr den anderen Bereich, Leute. Da seht ihr auch den Level, den Dorf, Leute. Da könnt ihr auch alles aufrüsten, drum und dran. Burgenschütze. Alles drum und dran. Was macht, was macht das alles hier? Wow, 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 wow. Krass. Das habe ich noch nicht gesehen. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Ein Minion Tower gibt es. Asher zu uns. Skeletten Tower gibt es, Leute. Wow, das ist nicht mal krass. Dann gibt es noch alles klar, Leute. Das ist mal ein geiler Dorf. Es ist mal geil. Ihr seht es von jedem ein. Eine Einheit. Oh, Diamanten links gibt es auch hier. Wow. Das ist mal krass. Das habe ich erst jetzt für mich. Und was gibt es denn hier? Was gibt es denn hier? Was gibt es denn hier? Nein, 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 nein. Und das nennt er nicht. Andere Sachen noch. Das ist mal krass. Das ist mal krass. Aber ich habe es gefunden. Ich habe euch gesagt, ich bringe einen raus, Leute. Und ich habe es rausgebracht, Leute. Und jetzt abonniert mich und empfehlt mich weiter. Teilt das Video mit euren Freunden. Teilt abonniert den Typen, Leute. Er hat einen heftigen Mod-Opika rausgehauen, Leute. Diesen Mod-Opika werdet ihr nicht so schnell wiederfinden. Und dann gibt es noch die Wege-Einheiten, Leute. Pika mal los. Beleine einfach. Davon los. Davon. Zack. Beleine einfach. Oh. Gesehen ja. Interfant. Greifen wir mal an eine Runde. Und dann geht es weiter mit dem Mod-Opika. Okay. Gucken wir mal. Jau. Was ist denn mit diesem Mod-Opika los? Die Operate müssen, das heißt, wir müssen das Dorf auf Maxi machen, damit wir den Mod-Opika richtig ausrasten können. Also die zweite Insel ist leichter verpackt. Ich habe ja versucht, es ist leicht verpackt. Ich gehe mir sogar zu, er ist leicht verpackt. Zack. Vier. Ah, fünf. Fuck, mein Schad. Ich habe da. Fünf. 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 Okay, dann noch nächste Verteidigung. Okay, dann noch etwas haben wir nach. Ich bin hier im Moment. Ich bin hier im Moment. Was ist das? Und greifen mal schnell eine Runde an und gucken mal, wie es jetzt ausgeht. Und ob unsere Operator jetzt mal, also unsere Truppen, warum gehe ich jetzt auf den Operator? Rainbow Leute, das liegt an Rainbow. Rainbow. Ey, ich sehe gerade, das ist mein Dorf. Krass. Die hatten nicht ihren Wutanfall gerade. Verstehe ich jetzt leicht nicht. Okay, egal, Leute. Hoffen, wie gefällt euch, Leute. Der neue Mod-DiPK, Leute. Abonniert mich, empfehlt mich weiter. Teilt das Video mit euren Freunden und so weiter, Leute. Abonniert mich, alles drum und dran. Just play fast, Leute. Spielt einfach schnell, Leute. Und hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Das war's. Ich muss jetzt dieses Programm hier finden an der Seite. Oh, das Buch ist weg. Ja, 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 ja.